1, 2, 3, hey! Spielspaß mit den Welpenfreunden. Spielspaß mit den Welpenfreunden. Ich bin Bingo. Ich bin Rolli. Und was jeder mag. Ich spiel im Garten, im Hundehaus und was jeden Tag. Hey! Spielspaß mit den Welpenfreunden. Aufräumt auf! Danke, dass du mir bei den Vorbereitungen für die Welpen-Kita geholfen hast. Ich freu mich schon so. Ich mich auch. Ich hab gehört, da soll es überall Schlafplätzchen für Katzen geben. Und ich freu mich darauf, dass wir alle zusammen dorthin gehen. Aber Auf geht nicht mit. Auf? Wenn Bingo, Rolli und Tissi gar keine Unordnung mehr machen, wird Auf sehr traurig sein. Auf, du musst nicht traurig sein. Wir werden ganz viel Unordnung für dich hinterlassen, während wir weg sind. Olivia, du bleibst ja hier mit Auf, während wir in der Pfoten-Kita sind. Machst du etwas Unordnung für ihn? Fertig. Bei Olivia ist alles aufgeräumt. Gibt es noch mehr für Auf zu tun? Oh. Wenn wir ihm doch nur etwas Arbeit hinterlassen könnten, während wir in der Pfoten-Kita sind. Vielleicht können wir das. Ich hab eine Idee. Wir ziehen hier an der Schnur, wenn wir in der Pfoten-Kita sind und schon haben wir die größte Unordnung angerichtet. Weltbehafte Idee, Hissi. Wir versuchen das nochmal. Wir müssen nur sicher gehen, dass die Länge der Schnur auch bis zur Pfoten-Kita ausreicht. Auf. Du räumst alles auf, nachdem wir an der Schnur gezogen haben. Ei, ei. Oh nein, die Schnur ist viel zu kurz. Oh, mehr Schnur habe ich leider nicht. Ach, Knautscheknochen. Wie wollen wir dann morgen Auf ordentlich viel Arbeit machen? Naja, eigentlich gibt es da nur noch eine Möglichkeit. Warum packt Bingo seinen Pfoten-Kita-Rucksack weg? Genug geübt für heute? Wir üben immer noch, Arf. Aber, aber ich gehe nicht mit. Du bist mein Roboter-Bruder. Und wenn wir nicht zusammengehen können, dann bleibe ich hier und mache Unordnung für dich. Aber Bingo hat sich doch so gefreut. Ihr scheint euch ja alle schon ganz schön auf die Pfoten-Kita zu freuen. Arf, ich schussel, hab deinen Rucksack oben vergessen. Ich bin gleich wieder da. Arf hat einen Rucksack. Arf hat einen Rucksack. Arf geht auch in die Pfoten-Kita. Super, super, super. Ich sag nur, hoch die Pfote. Ups. Schau Welpenfreunde auf Disney Junior.